Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, ich bin Ergeler. Die letzte Aufgabe wartet oben. Die längste Seilrutsche der Welt. Fast zu eine halbe Kilometer lang ist es. Ihr werdet bis 120 kmh in der Stunde haben. Und wir müssen schwindelfrei sein. Am höchsten Punkt sind wir 80 Meter über dem Boden. Macht ihr mit? Wir probieren es, ja. So die Motivation, also. Let's go! Steckt! Ich habe sehr hohe Angst. Äh... Aber, äh... Augen zu und durch. Äh... Dass wir hier 80 Meter über dem Boden sind, an das würde ich noch gerne nicht denken. Es klingt ein bisschen feurig, was Niklas vorhin gesagt hat, mit den 120 kmh. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Du, Messi. Danke. Ich geniess die Aussicht. Ich gehe schon mal runter, dann empfange mich. Ich drücke euch den Daumen. Jetzt bin ich ein bisschen schön. Sind ihr bereit? Der Gast kommt. Drei, zwei, eins und go! Pua! Uh! Hu! Hu 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 hu. J blade hitst du her! To contact her! Two, 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 three,야. Ja! Wohooo! Woher der Geist? Aber woher der Höhe? Juhu! Hey! Hey! Super! Hey! Gratulieren! Gratulieren! Hohoho! Super gesehen! Geil! Super! Rido! Das ist extrem merkelig!